Maximilian Max Giermann, geboren am 24. Oktober 1975 in Freiburg im Breisgau, ist ein deutscher Komiker, Imitator, Parodist, Schauspieler, Moderator und Theaterregisseur. Leben Nach seinem Abitur 1995 am Berthold-Gymnasium in Freiburg besuchte Max Giermann die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin, wo er 2001 sein Studium abschloss. Während dieser Zeit bildete Giorgio Pischot ihn zum Clown aus, mit Pischot trat er bis zu dessen Tod unter dem Künstlernamen Maximilian auf. Danach wurde Jack Mallet sein Partner. Nach Pischots Tod übernahm Giermann die von Pischot ins Leben gerufene Clownsgruppe Comedy Kids und führte diese bis Ende 2008. Bereits während des Studiums trat er in Berliner Theateraufführungen auf, beispielsweise am Maxim Gorki und am Karusselltheater in Berlin. Nach dem Studium hatte Max Giermann mehrere Engagements an deutschsprachigen Bühnen, wie dem Schauspiel Essen, dem Theater Bonn, dem Theater der Stadt Ahlen und dem Volkstheater Wien. Heute führt er vereinzelt Theaterregie. Seit 2004 arbeitet Max Giermann hauptsächlich als Komiker. So trat er unter anderem regelmäßig in der RTL-Show Freischnauze auf und gehörte seit März 2007 zum Team der ProSieben-Show Switch Reloaded. 2009 und 2010 moderierte er Granaten wie wir, wo er in jeder Sendung in die Rolle einer anderen prominenten Person schlüpfte. Bekannt ist Giermann vor allem für sein Talent, andere Menschen zu parodieren. Zu seinen bekanntesten Parodien gehören unter anderem Stefan Raab, Dieter Bohlen, Johann Lafer, Kai Pflaume, Christian Rach, Hugo Egon Balder, Karl Lagerfeld, Ranholt Beckmann, Oliver Kahn, Tim Melzer, Guido Westerwelle, Uli Hoeneß, Karl Dall, Oliver Geissen, Markus Lanz und Klaus Kinski. 2009 bekam er den Deutschen Comedy-Preis als bester Schauspieler und wurde bei der Romy mit einem Sonderpreis der Jury für Switch Reloaded ausgezeichnet. 2010 trat Max Giermann als Parodist in einigen Ausgaben der Late-Night-Show Harald Schmidt auf. 2011 und 2012 war er mit seinem ersten Live-Programm »Wer denn sonst?« bundesweit auf Tournee. 2013 war Giermann in der ZDF-Impro-Comedy »Durchgedreht« zu sehen. Für das Wetten, das Special von Switch Reloaded gab es 2013 den Grimme-Preis. Seit 2014 ist er als Sigmar Gabriel 2016 als Donald Trump im Satire-Magazin »Extra 3« zu sehen. Seit 2015 war er neben Matthias Matschke, Valerinihaus und Alexander Schubert im Ensemble in »Sketch History« im ZDF zu sehen, wo er unter anderem Klaus Kinski in diversen historischen Rollen parodiert. 2016 bis 2017 war er Juror in der RTL-Sendung »Die Puppenstars«. 2018 moderierte er die RTL-Quiz-Show »Einstein Junior – Deutschlands cleverste Kids«. Seit 2012 ist Max Giermann verheiratet.